Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, haben Puswanne verlängert seinen Vertrag bei Tabellenführer Flensburg-Handewitt, Urheberrecht Getty Images Tabellenführer Flensburg-Handewitt bastelt am Kader für die kommende Saison und bindet einen schwedischen Nationalspieler langfristig an den Klub. Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem schwedischen Nationalspieler Hampuswanne, 25, um drei Jahre bis 2022 verlängert. Das gab der verlustpunktfreie Bundesliga-Tabellenführer am Montag bekannt. Der Linksaußen spielt seit 2013 bei der SG und erzielte in 221 Spielen 627 Tore. Ich bin sehr stolz darauf, es mir und anderen bewiesen zu haben, auf so einem Top-Niveau-Handball zu spielen. Ich möchte auch in Zukunft ein Teil dieses großartigen Teams bleiben und weiter als Spieler reifen, sagte Wanne.